Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von RadioTel, willkommen zum Kraftfutter unter dem Titel «Heimat finden» nach einem Text von Lukas Evangelium 14 von Susanne Niemeyer. Ich, Dana Giger, aus Bern, lese euch heute den Text. Eines Tages entscheidet Gott, ein Fest zu feiern. Es ist still so alleine. Alle sollen kommen, alle, die er lieb hat. Die, mit denen er verbunden ist, alle, die ihm treu sind. Er lädt sie ein. Was feiern wir, fragen sie? Das Leben, antwortete Gott. Er beginnt mit den Vorbereitungen. Bärlauchsuppe, frisch aus dem Garten, ein Lamm im Ofen geschmort, Kartoffeln und zum Schluss ein Apfeltart. Er holt die weissen Tücher aus dem Schrank, das Geschirr mit dem goldenen Rand. Vergiss mein nicht von draussen. Das Feuer brennt im Kamin. Trink deinen Wein und iss dein Brot mit Freuden, murmelt Gott. Nimm das Leben als ein Fest. Seine Gäste sollen sich zu Hause fühlen. Die Uhr geht auf acht, alles ist bereit. Sie können kommen. Aus der Küche duftet es, der Wein wartet. Er auch. Er hat seine schönsten Kleider angezogen. Die Kerzen spiegeln sich im Fenster. Es ist still, nichts geschieht. Wo bleiben sie nur alle? Um halb neun beschließt Gott, sie anzurufen. Richtig, hörte er. Ach ja, deine Einladung. Die habe ich vergessen. Tut mir leid. Du weisst, wieder mal Überstunden. Er ruft die zweite an. Oh, ich muss dir was erzählen, entgegnet sie. Ich habe mich verliebt. Er kommt heute Abend vorbei. Wir wollen für uns sein. Das verstehst du sicher, ja? Ein andermal. Er wählt ein drittes Mal. Ja, eigentlich wollte ich schon vor einer Stunde los. Aber jetzt habe ich gerade mit dem Computer was. Ich bin dabei, ihn zu testen. Grossartig, was der alles kann. Vielleicht komme ich noch. Aber warte nicht auf mich. Gott legt den Hörer auf und schaut auf die Kerzen, den Wein und das vergisst man nicht. Der Salat beginnt zu welken. Sie kommen nicht. Meine besten Freunde. Damit hat er nicht gerechnet. Gott fühlt sich sehr allein. Da gibt er sich einen Ruck. Er greift nach seinem Mantel, stürmt zur Tür und läuft auf die Strasse. Er denkt nicht nach, sondern schlägt den erstbesten Weg ein. Auf dem Marktplatz sitzen ein paar Männer mit ihren Schlafsäcken. Sie sind ungepflegt. Wahrscheinlich haben sie getrunken. Kommt, ruft er. Ich lade euch ein. Wir feiern ein Fest. Es gibt Lamm und Wein und Käse hinterher. Die Männer gucken ungläubig. Aber weil sonst nichts passiert, gehen sie mit. Sie laufen zum Kiosk und holen die immer frierende Verkäuferin, dann die Jungs von der Tankstelle und schliesslich den Mann mit dem Akkordeon. Sie sammeln ein paar Kinder ein, die stets mehr Lärm machen als angenehm ist und auch den sonderbaren Alten von nebenan, der immer vor sich hin murmelt. Sie kommen alle mit. Spannung liegt in der Luft. Aufregung. Ein Fest für sie? Neugierig drängen sie sich in das Haus. Der Tisch wird voll, voller als er je war. Unsicher greifen sie nach den Servietten. Womit haben sie das verdient? Aber Gott winkt ab und schenkt ihnen ein, die Gläser randvoll. Er gibt, was er hat, verteilt Brot und das Lamm und es reicht für alle. Und dann feiern sie bis in den Morgen. Dem Mann mit dem Akkordeon fallen nach und nach wieder andere Lieder ein. Lieder von Glück und von der Heimat und von der Liebe. Die Klänge bleiben hängen in der Luft, so dass das Fest nicht endet. Nie mehr. Es ist der Himmel auf Erden. Für alle. So wünsche ich Ihnen allen, dass das Leben immer wieder ein Fest sein kann, eine Freude und dass wir uns eingeladen fühlen vom Gott, unserem Vater, der uns mitten aus dem Alltag immer wieder an seinen Tisch ruft. Einen schönen Tag miteinander. Und dann folge ich Ihnen allen, dass das Leben und das Leben und das Leben immer wieder ein. Vielen Dank.